So, und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Forzathon. Zwar dreht sich alles um den Tamo Racemo, deswegen heißt es auch Tamo Racemo Experience. Zeigen Sie, was der Tamo Racemo so kann, und zwar kann er ziemlich viel. Denn ich bin den Wagen ja schon mal am Let's Play gefahren, das war, glaube ich, in Folge 103 oder 4. Also Anfang der Kurzzeit der 100-Folge. Und da war der ziemlich geil, und der ist auch immer noch ziemlich geil. Dann weiß ich, ich weiß, das war der erste Intro-Sportwagen, wo der ins Spiel kam. Der war, glaube ich, sogar kostenlos. Wurde erst an dem Tag vorgestellt, und da kam er direkt ins Spiel. Das war schon ziemlich geil. Halt aus Indien, da waren eigentlich keine wirklichen Autos. Vielleicht so ein Tata oder so, so ein Tata Nano, aber naja, wenn man das überhaupt Auto nennen kann. Das ist schon mal ein kleiner, süßer Sportwagen, den ich auch ein bisschen aufgebaut habe. Weiter bei vier Sachen zu gewinnen und auch noch diesmal kein Porsche. Noch an sich kein Auto, aber was Besonderes. Dafür andere tolle Preise. Und zwar haben wir hier Geschwindigkeit. Schließen Sie, äh, was? Schließen Sie mit einem Tamo Racemo drei Blitze ab, um 120.000 Credits zu erhalten. Einfach. Voll Spaß voraus. Schließen Sie eine Löffelisten-Herausforderung im Tamo Racemo ab, um drei Lose zu erhalten. Eigentlich auch einfach. Dann, Angeber. Verführen Sie fünf Angeberfähigkeiten im Tamo Racemo für 25.000... Ne, 500... was? 85.000 EP, Entschuldigung. Und die Ruga, würde ich unbedingt haben will, natürlich. Und noch Siegerrunde. Schließen Sie ein Rennen im Tamo Racemo ab, um 25.000 Credits und 50.000 EP zu erhalten. Also alles hier nur im Tamo Racemo. Deswegen ich dann auch logischerweise fahre. Ja, wer hätte es erwartet. Und anfangen wir mit den Blitzern. Drei Blitze abschließen, muss hier heißen, einfach nur mindestens ein Stern erreichen. Das sollten wir ja wohl schaffen. So, hier ist der erste. In der Mine. Das müsst ihr eigentlich auch schon zählen. So, müsst ihr gereicht haben für einen Stern. So, kurz warten, bis es hier da weggegangen ist. Ich kann auch wieder den Erfolgstracker machen. Das ist auch nicht ziemlich hilfreich bei solchen Sachen. Oder wenn du nur irgendwelche Erfolge hast, wo es halt um Sammeln geht. Oder weiß ich, 50 Mal, dass man das machen muss oder dass man das suchen muss. Das ist ziemlich hilfreich. Hat er gezählt? Er hat gezählt. Deswegen fahre ich auch schon zum nächsten Blitzer. Das war jetzt Richtung Tankstelle. Ist eigentlich ziemlich einfach, da Blitzer zu machen. Geht relativ zügig. Also hier keine großen oder langwierigen Aufgaben. Langwidrigen. Also eigentlich alles relativ schnell gemacht. Und vielleicht noch die Angewerfigkeit. Die könnte schwer werden. Und das müsste auch heißen, bei der Angewerfähigkeit, dass man jemanden im Drift überholt muss. Ich glaube, der Drift muss auch schon vorher ansetzen, bevor man ihn erholt. Und dennoch den Drift weiterführen, bis man ihn überholt hat. So wie ich das jetzt weiß. Das werden wir nachher mal ausprobieren. In einem Rennen natürlich. Können wir gleich zwei Sachen kombinieren. Mal schauen. Ich wollte auch kein Auto zur Probefahrt. Schade. Bin zwar gewöhnt, um die Porsche zu kriegen oder ein anderes geiles Auto. Aber heute nicht. So, Topspeed erreicht quasi. Um die 250. Das ist kein Topspeed-Wanzer hier. Übrigens hat der Kollege hier in dieser Version, das ist nicht die aus dem Let's Play. Die habe ich jetzt anders gemacht. Jetzt habe ich jetzt hier noch ein Eirad reingebaut. Und den Motor vom Polaris. Also hier die Motorbike-Engine. Wie das Spiel heißt. Das ist ziemlich geil. Und das Song vom Taumot, der ist wirklich für 1300 ziemlich cool. Aber irgendwann nervt er auch ein bisschen. Das muss ich leider so sagen. So. So, ja. Ich weiß, wo ich langen wollte. So, anhalten. Na ja, fast anhalten. Hast nämlich noch einen Blitzer. Wird das für einen Stern? Brauche ich doch. Und zack. 138. Und. Da geht auch. Schön, wenn wir eine Belohnung halten. Das Geld. Das ist natürlich sehr brauche. Weil, wie ihr wisst, bin ich ja in Forza einmal sehr, sehr arm. Leider immer unter Geldnot. Naja, das ist eine gute Krankheit. Das ist nicht gut. Das ist noch nicht ausgeraut. Warte mal. Ich lasse es mal kurz hier unten weggehen. Dann ist es gleich ausgeraut. Zack. Jetzt müsste es weg sein. Und es ist weg. Und als nächstes machen wir die Löffelisten-Ausforderung. Kann man denn da überhaupt nehmen? Für drei Lose. Wir haben noch hier direkt was. Da fahre ich mal kurz hin. Dann können wir auch eine selber erstellen, theoretisch. in 100 Metern links abbiegen. Oder gibt es eine aus dem Singleplayer? Ne, gibt es eigentlich nicht, ne? Dann stelle ich mal selber eine. Das müsste ja eigentlich funktionieren. So. Gott, ey. Anhalten. Was ist denn hier schönes? Ist hier was am Tormo? Nöp. Dann stelle ich mal selber eine. Und zwar noch was einfacheres Blitzer nehmen wir. Komm, wir haben ja mal die Linie. Bis es auch ein bisschen weiter ist. Morgenhalter. Das passt. Musik. Keine Musik. Ihr wisst ja warum. Sollte ja einfach sein. Ja, krasse Insignierung auf jeden Fall. Also eine gute Tormo. In so einer GoPro-N-Lackierung. Nicht mehr gedownloadet. Sag das nicht aus eigentlich. So ein Ziel festlegen. Was nicht so schwer ist. So. Schön früh hochschalten. Das ist ja früh, ne? Aber eine 9000-Drehung ist ja schon ziemlich früh. Sag, sechster Gang. So echt ein geiles Teil. Kleiner Flitzer auf jeden Fall. Mit einem sehr außergewöhnlichen Design. Mach mal unter 200. Jetzt wird ja wohl machbar sein, ja. Sag. 195. 96. So, easy. Geschafft. Alter, das war schon Zeitlimit. Da kommt eine Minute, das soll ja wohl reichen. So, veröffentlichen. Können wir senden. Nein. Nein, will ich nicht ausprobieren. Easy geschafft. Also geht heute eigentlich alles ziemlich schnell. Da noch ein Rennfahren und die dabei noch die Angeberfähigkeit machen und dann wären wir schon durch. Das ist ja, das geht heute wirklich ziemlich schnell. Aber ist halt so. Ist auch nur ein Tagesfahrzeug und nicht der normale, ja. Muss man ja auch mal sagen. So, Rennen fahren. Was können wir denn da machen? Zählt ein Straßenrennen auch? Boah. Ich weiß, ich nehme mal die hier. Bin ich lange nicht mehr gefahren. Das ist eigentlich eine Strecke, die ich nicht so gerne mag, aber ich will sie jetzt auch mal fahren mit dem Wagen. Das wird ja wohl nicht so schief gehen. Und im Driften überholt ist auch mein Spezialgebiet natürlich. Driften, wie jeder weiß, das kann ich sehr gut. Und ich habe heute wirklich mal, finde ich nur für heute mal, die Lenkung auf Normal gestellt. Nicht auf Simulation. Und das auch vielleicht halbwegs so in Ordnung geht. Aber wir können uns mal richtig ein längeres Rennen gönnen, ne. Die Asian Sports Cars. Ich fahre einen krassen Tabo und ich hier sowas sehen, wir machen auch mal 5 Runden kommen. Sonnaufgang, leichter Regen, ein Rutsch noch ein bisschen mehr. Passt. Es wird ein kurzes Video, also von daher kann man auch noch direkt mal 5 Runden machen. Damit es ein bisschen länger wird. Schwarz. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber nicht so ein typischer Asiatischer Sportwagen, wie ich ihn kenne. Oder wie ich ihn sich die meisten vorstellen. Ja, so viel dazu. Schneller vorzuhören auf jeden Fall. Ich bin gerade noch ein bisschen, bin das Rennen schon mal gefahren hier. Ja, aber wie man sieht, ja. Einangehabe Fähigkeit, auch nur durch Zufall. Ich kriege das irgendwie nicht hin. Deswegen wird das Rennen jetzt quasi noch normal einmal gefahren. Bin irgendwie zu blöd dafür. Ich habe es auch gerade noch mal so probiert. Aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Bin anscheinend einfach nur zu blöd dafür. Ich würde auch gerne andere Wagen dafür nehmen, aber gut. Ich würde den Tabo dafür nehmen. Hey. Ich kriege das noch gerade ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen, ne? Den einen oder anderen Tropfen sieht man hier auch. Und er geht quer. Schluss, Tamo. Ich versuche es trotzdem noch ein bisschen. Alter. Er geht ganz schön quer, ne? Mann, das ist trotz Allradantrieb. Ne, Hackertrieb meine ich. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Boah, der hat auch keinen Trieb. Ich bin echt gerade nicht sicher. Oh, scheiße. Nein, das mache ich mal kurz. Zurücksprungen. So. Nein, nicht überholen, mein Freund. Keine Skyline. Ich kriege das irgendwie nicht hin. Ich weiß es auch nicht. Das war, glaube ich, schon mal im Fahrzeug. Und da habe ich das relativ gut hinbekommen. Aber auch, glaube ich, ein viel schnellerer Wagen. Das muss da mal gerade sein. Vierter Platz aktuell. Da sind ja noch genug Runden. Deswegen, keine Sorge. Vor allem ein MX-5. Geil. Der wird aber ein bisschen nass, der Rara, ne? So, wieder keine Angewerflichkeit. Oh ja. Schauen wir mal da halt eine Sache mal nicht. Ich habe es versucht, aber wirklich kein Spaß. Ich schaffe das einfach nicht. Ich stelle mich zu behindert an. Auf jeden Fall passt die Grube gut. Es ist gerade schön dunkel. So, seid ihr in der Himmel, ne? Sieht auch nicht schlecht aus. Ich habe gerade rankommen, ey. Vorne sitzen die beiden. Holte ich mir auf jeden Fall noch. Den hier jetzt direkt. Oh, nein, sorry. Wollte ich eigentlich nicht haben. Also, ich hole sie mir wieder. Das war natürlich so gemeint. Was hat mir da vorne gelaufen? Ich kann das gar nicht erkennen. Ich werde alt, ne? Ich werde noch die Augen schlechter. Oh Gott, ich habe nicht gesehen, wo die Grube ist. Wahnsinn. So. Okay, was hat der hier? Eine Sylvia, glaube ich. Ja, aber wir wollen beschleunigen. Obwohl ich die Grube richtig scheiße gefahren bin. Nach meinem Kugenausgang quer war. Trotzdem war ich an der Grube so schnell, dass ich sie überholt habe. Ja, so muss das. So, sie sind wieder hinter mir. Fällt mir gar nicht. Ich ziehe die Scheibe von ihm schon wieder. Jetzt gerne wegbleiben, mein Freund. Hier gibt nichts zu holen. Wieso war ich eigentlich gerade so scheiße? Wisst ihr es? Ich weiß es auch nicht. Er ist auch früher am Morgen, ne? Bei der nächsten Stunde aufgestanden. Kann er schon mal passieren, ne? Was mache ich denn dazu, heute? Musst du doch nicht zu früh einlenken. Geht doch. Geh weg. Du kriegst nix. Guck mal, das schöne Wett in meinem Zimmer. Ich liebe es. Ich ziehe sie schon wieder ab. Ob ich die Grube so scheiße gefahren bin? Tja, das haben wir es halt schnell, ne? Was ist denn driften hier? Ich bin auch bekannt als Driftkönig, wer es nicht weiß. Nein. Ist ja nicht vorbei. Oh, nicht außen. Oh, nicht außen. Ja, damals gelang es war 2017. Kommst du nicht vorbei, wir werden gerade überholt. Ja, so auf der Strecke, die ist halt echt nicht meine. Egal in welchem Wagen. War ja noch nie gut. Du machst da regnet logischerweise auch nicht besser. Wollt's mal was ausprobieren. Ob das funktioniert. Ja, halbwegs gut. Ich würde wieder Sieg, aber entschädtliche an die Rundenzeiten. Dann ist es mega scheiße. In 1,8er Zeit fast. Und dann sind wir es auch nicht gut. Geht auch besser. Aber besser war noch auf dem dritten. Der BRZ. Und sonst eigentlich... Keiner so weit, ne? Nö. Naja. Trotzdem brauchen wir nicht klatschen für mich. Zack. Und dritter Erfolg von 4. Siegerrunde. Naja. Aber auch kein schöner Sieg. Aber... Man hat ein paar Quelles. Es ist ja wohl ein Scherz, ne? 500 EP zum nächsten Heelspin. Das ist ja wohl... Ja, so geht das aber nicht. Wie viele noch haben den Heelspin? Deswegen... Warte mal kurz. Das mache ich hier weg. Nein, das meine ich nicht. Ich würde genau da oben hin. Den mache ich aus. Mal noch kurz ein paar EP durch Fähigkeiten. Will die Folge noch ein bisschen länger. Da war er schon. So, bitte noch etwas. Auch viel Willenswitz, ne? Ach, schön. So, den Mustang-Groß. 302. Habe ich schon. Danke. Ich liebe dich. Aber eigentlich weg ist auch, glaube ich, eigentlich noch nicht. Ist also die Frage. Habe ich, glaube ich, auch schon. Ich habe, glaube ich, 470 Autos mittlerweile. Ich fick dich weiter. Das wird auch noch mal 3. Und der Meister habe ich auch schon. Komm. Das fick dich. Was soll das hier? Immer so Billo-Preise. Und dann ist es, habe ich auch. Ey, wer ja, ne? Jetzt noch mal so wenig kriege. Naja, immerhin noch. Einmal was Gutes gezogen. Der Rest ist ne Bullshit. Naja. Ich gehe mal kurz wieder hierhin. Ich würde leider kein Auto zu so gewinnen. Schade, hätte ich gerne noch ein Porsche gehabt. Ich glaube, am Wochenende ist es wieder ein Porsche. Bei dem Wissen-Force-Harton. Entweder war es der Cayenne oder der 4944. Auf jeden Fall sind beide cool. Ich glaube, der 4944 kommt zuerst. Na, egal. Denn aber, ja, ging soweit relativ schnell. Geht auch an die Angeberfähigkeit noch jetzt nicht gemacht. Und dann nicht hinbekommen. Ich glaube, es ist gegeben, aber reicht auch nicht immer. Aber trotzdem, ganz eine Belohnung dafür. Versuch, wenn ich Aufwand. Weil das ist auch mal ne gute Einnahmekolle für Leute, die immer zu wenig Geld haben. Einfach mal Vorzeit an machen. Kostet, also, dass man eigentlich meistens nicht viel Aufwand und kriegt halt mega geile Belohnung. 420.000 Credits, 85.000 EP und sowas. Das ist einfach voll geil. Oder noch Lose. Also, wenn man wirklich Geldnot hat oder Geld braucht, einfach Vorzeit an machen, jede Woche. Dann kriegt man auch immer relativ viel Geld. Naja. Dann danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns hoffentlich am Sonntag wieder beim nächsten Vorzeit an. Oder vielleicht sogar am Let's Play. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann würde ich sagen, Tschüss! Musik Musik Vielen Dank.